Hallo und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Pell 2104 79 Punkt schön, dass du dabei bist. Wir sind hier Hochbergmann Gerade am Butterapfel Ja, gut, aber momentan ist das, wo wir am meisten Geld für kriegen Deswegen die Tür dabei und füllen fleißig ab Hier haben wir schon 8 Fallen hingestellt Die werden wir jetzt nur kurz sammeln, weil der Preis geht aktuell hoch Wollen wir mal gucken, dass wir den Spitzenpreis mit erzielen Ja, eine Fotografie hinterher, naja gut Jetzt haben wir noch, naja gut, egal Ist nicht schlimm, wir haben ja Dämmel dabei Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn wir da fertig sind, werden wir hingehen und werden hier den Schnitt, fahren Dann haben wir dann einen Kompost, dann werden wir den abdenken und wenn der fertig ist, dann wenn wir das Geld haben, oder wir werden uns gleich mal gucken, werden wir die Gemüseplantage in Betrieb nehmen Jetzt so das Hauptziel Geht auch ganz gut Okay Ähm Weiter meinten, nicht ums, also gelingt, mal natürlich hoch und nicht runter. Weiter meinten, nicht ums, also gelingt, mal natürlich hoch und nicht runter. Weiter meinten, nicht ums, also gelingt, mal natürlich hoch und runter. Weiter meinten, nicht ums, also gelingt, mal natürlich hoch und runter. Weiter meinten, nicht ums, also gelingt, mal natürlich hoch und runter. Dann würde das auf jeden Fall, wenn wir das als Kompost haben, würde das dann erstmal reichen für Gemüseblendage. Und dann, nicht ums, also gelingt. Dann, nicht ums, also gelingt. Dann. 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 Auf jeden Fall eine Menge gutes Gras. Können wir bald die Sonnenblumen ernten. Noch ein bisschen mit hier. So Leute. Wir haben jetzt noch ein bisschen Nader. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Über einen Follow würde ich mich echt super freuen. Schreibt mir auch so mal einen Kommentar. Ist das eine der Schichten, wo man verkriegt? Wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar auf jeden Fall. Das Liken auch nicht vergessen. Die schauen viele die Videos an. Aber leider wird das Liken vergessen. Das würde mich super freuen. Das würde mich super freuen. Hinterlasst mir doch auch einen Kommentar. Schreibt mir was. Das würde mich interessieren. Ein Bomb. noch mal drüber fahren ja hier noch abgemütet das gebäude reingefahren wirklich zum gras im gras mit fertig sind doch die folge zu ende oder wenn es euch gefallen hat nach oben da schreibt mir einen kommentar und wie gesagt falls das nicht gemacht habt würde ich mich echt super freuen macht's gut